Musik Der Rotenfels bei Bad Münster am Stein, ein Porphyrgestein an der Nahe, die höchste Steilwand nördlich der Alpen bis Skandinavien. Das Felsmassiv besteht aus Rhyolit, ein Quarzporphyrgestein, felsspathaltig, vor ca. 270 Millionen Jahren durch Vulkanaktivität entstanden. Die Felssparte haben sich zum Teil in Kaolin umgewandelt. Im Umkreis ein Naturschutzgebiet und Biotop. Klettern am Rotenfels. Nur für äußerst erfahrene Kletterer geeignet. Zum Teil bloße Oberflächenstruktur. Keilförmige, ineinandergesteckte Blöcke, die bei Zugbelastung leicht ausbrechen. Für Rute bis zum 7. Grad werden bis zu drei Stunden benötigt. Hier Ausschnitte von der SWR Sonntagstour mit Johannes Kalpers. Es wird auch ein Kletter-Duo vorgestellt. Der Wetter-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-Duo-D zwischen Ebernburg und Dreisen. Und der gehört übrigens zum nahe Wanderweg. Und hier oben kann es schon mal ein bisschen Wind geben und auch so richtig abenteuerlich zugehen. Schauen Sie mal. Da drüben sehen wir die Bastei, den beliebtesten Aufsichtspunkt der Region hier. Und der gehört zu den bei den Kletterern bekannten und beliebten Rotenfels. Und ich glaube, da unten sehe ich schon die Kletterer. Unglaublich. Und ich glaube, da unten sehen wir die Kletterer. Bis hierhin habe ich mich ja noch getraut. Aber das, was jetzt kommt, das ist wirklich was für Profis. Steilwand klettern wie in den Alpen mit Seil und Haken. Da wird es mir schon ein bisschen mulmig. Der Rotenfels ist übrigens die höchste Steilwand nördlich der Alpen. Und da hinten sehen wir schon unsere Kletterer. Und sie erklimmen gerade den sogenannten Glockenkrat. Schwindelerregung. Hallo. Wir sind in Australien. Wir sind in Adelaide gelandet und fahren Richtung ins Landinnere zum Ayers Rock. Aluri, beziehungsweise Ayers Rock, ein gewaltiger Sandsteinmonolith in der zentral-australischen Wüste. Den australischen Ureinwohnern, die Aborigines, gilt der Berg als heilig. Er ist daher nicht betretbar, drei Kilometer lang und zwei Kilometer breit und liegt in einem Nationalpark. Die geologische Vorgeschichte wird vor 700 Millionen Jahren vor heute dokumentiert. Verklumptes Geröll und Schlamm wurden durch tektonische Prozesse an die Oberfläche gedrückt. Der aus der Umgebung herauspräparierte Arkosengestein-Schichtenstapel soll bis zu sechs Kilometer tief in den Untergrund hinabreichen. Berghöhe liegt bei 863 Metern. Arkose ist eine Klasse von Sandsteinen, die sich durch einen hohen Gehalt an Feldspat auszeichnen. Zur Geologie. Das Sedimentgestein besteht aus Feldspat, Quarz, Rhyolit und Basalt. Die rötlich-braune Färbung geht auf den hohen Eisengehalt zurück. Ein faszinierendes Farbenspiel mit Licht- und wetterabhängigen Variationen, ähnlich wie beim Rotenfels. An der südöstlichen Flanke des Berges sind Höhlen, die aus dem Gestein herauswittern. Auf der Bergoberfläche erkennt man blättrige, schuppige Verwitterungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020